Dieser Hocker hat mich auf dem Trödelmarkt 3 Euro gekostet. Erstmal habe ich ihn komplett abgeschliffen und jetzt behandle ich ihn mit Hartwachslasur. Den Schaumstoff habe ich mir in einem Schaumstoffladen zuschneiden lassen. Und was ich hier befestige, ist das Polstervlies. Und zu guter Letzt kommt der Bezug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017